ja servus und hello again es ist der marty und wir zocken autos baseball unsere europe baseball league wir müssen den zehnten spieltag bestreiten wieder gegen die odessa shamrocks gegen die wir endlich den sieg einfangen konnten damit mit einer 5 4 bilanz legen wir und odessa auf einer 3 6 bilanz trotzdem ist es sicherlich nicht leicht auch das nächste spiel gegen die zu bestehen in die sind schon stark und wir haben eine nachricht was gibt es nur ist gut von bieger ein spieler kommt dieses so nicht mehr das ist mir eigentlich relativ bringt so es gab wieder ein paar transactions heute am 10 april die wir gemacht haben wir haben winzel double adres die linge dazu ein spiel gemacht ist jetzt erst mal ins form team geschickt worden ins zweite form team sogar nur und wagner braun ist jetzt oben wagner braun starting picture ok soll mir recht sein schauen was er erreichen kann ja das haben also dann das bedeutet gewünscht bei uns pitching staff dass der nächste start wagner braun ist genau so ist es nach dem spiel gegen odessa müssen wir ja noch gegen noch einmal gegen odessa spielen und dann geht es gegen rum die roms flash poklos das ganz spannend aber jetzt müssen wir erst mal hier bestehen oder versuchen zu bestehen und play ball also wo schaut es aus auf zwei positionen sind wir stärker auf der sechsten betting position und auf der achten 1 2 3 4 auf sechs positionen sind die chemrocks besser und zweimal steht unentschieden also vom ergebnis her eher schwach wenn man hier schwer tun aber nicht vertragen schauen wir mal so also starting picture für uns ist eben dieser wagner braun neu hier also beziehungsweise hochgezogen wurden die ganze haare an der nase gegen joris miller wenn man hier die picture die bette anschauen von odessa sehen wir hier kufall heikile wir sind schon stark heikile reitfieler 30 34 um 1 8 so wir gehen wieder schnell durch wo das erste haben wir mit einem hit nur überstanden das ist ja schon mal gut für odessa beginnt juni pometko 0 1 seine bilanz 5,2 innings 8 hits 5 euros 2 box 3 track out 7 94 und ein run für uns das war campana der center fielder rino campana der italiener stark und wagner braun muss zwar zwei hits hinnehmen trotzdem schafft er auch das zweite inning wir schaffen im zweiten inning aber auch nicht viel also aber dann drei runs für odessa das war natürlich nichts ein homerun war es auch oder ein campana weiß mit dem homerun das habe ich jetzt gerade erst gesehen im ersten in und jetzt waren es doch heikile 2 run double der ist ganz stark den muss natürlich erst mal rausbringen so pro medko kein run für uns beim letzten spiel war es auch so wir haben bis zum achten in den rückstand erst dann konnten wir das spiel noch drehen wagner braun jetzt wird das vierte innings schafft er wo medko nichts passiert so jetzt wo medko jetzt bei 53 pitches wagner braun ist noch im gelben bereich das heißt das noch mal das war jetzt drei rand ranz für uns da sehe ich es jetzt wieder erst mein gott bisschen etwas übermütig drei ranz für uns berg mit einem zu tun homerun bergs erster in der aktuellen saison damit steht jetzt 4 zu 3 für uns wagner braun sollte dieses ihnen jetzt noch überstehen schafft das aber nicht kassiert 4 ranz und jetzt werden wir im sechsten jahr vier ranz ist es doch nix so wir warten jetzt noch den schauen uns den ersten jetzt mal an das ist um und martin first baseman drei rb ist 20 8 schrägter und strikeout gegen ihn der zehnte strikeout für pometko sehr stark wird so wir machen jetzt so wir werden jetzt zwei oder ein reliever auf den in den bullpen schicken provo 9,0 e3 e1 so jetzt nehmen wir provo rein steht 7 zu 4 6 ranz für das hat 13 zu viel und damit haben wir in zwei innings zehn ranz hinnehmen müssen das ist natürlich schon schwach pometko mit dem zwölften strikeout rudko stolich kommt jetzt in den bullpen sagen wir nehmen markt provo raus stolz rein der schafft wenigstens 0 innings hinzunehmen 0 ranz bei natürlich caudio gegen pometko deutsch jetzt noch mal soll noch mal drin bleiben null letzter damals in der hand weder glücklich da schauen wir uns jetzt mal an fredor strikeout bald aber jetzt ja auf dem platz bei tukekkonen und das aus damit haben wir noch einen mann gut gut selbst der pitcher muss schlagen und auch der ist aus das war es damit 13 zu viel will immer für das mal im sechsten innen vorne waren ist das natürlich schon enttäuschend was gibt es zu sagen wir haben einen eine erungenschaft freigestalten was gibt es hier das bessere note pometko regular season game record mit zwölf strikeouts damit zwei in der sub league 2 mit 13 strikeouts und und dann hat er auch die 14 geschafft also einige rekorde für ihn das waren wir alles andere berauschen von uns so mal kurz ein blick auf der standing und da sehen wir dass wir jetzt mit 55 doch ziemlich abgewatscht sind nachdem wir mit 4 0 gestartet sind stuttgart grottig wobei die jetzt auch vier mal gewonnen haben 4 6 5 5 die diamond dogs 5 5 kiew 6 4 und die budapest chuckers 7 3 unser nächster gegner jetzt noch mal wir spielen jetzt mal bis zum spiel das ist dann morgen damit wären wir jetzt da rom dann amsterdam so das sollte es auch schon gewesen sein mit dem zwölften teil der zehnte spieltag unserer munich fighting scots gegen die odessa jamrocks und es ist die zweite niederlage im dritten spiel gewesen ja passt auf euch auf lasst vielleicht ein abo da und wir sehen uns bis bald ciao